Heute hat der Bundespräsident zur Aktion Lichtfenster aufgerufen. Wir wollen bis zum April, bis zu einer zentralen Gedenkfeier für die Corona-Toten, ab jetzt, jeden Freitag, wenn es dunkel wird, ein Licht in unsere Fenster stellen. Und wollen an die Menschen denken, die an Corona gestorben sind, an ihre Angehörigen, die um sie trauern. Wir wollen an alle Menschen denken, die in Not geraten sind. Und als Christen sagen wir, wir wollen für sie beten. Ich zünde mein Licht an. Drei Beleidung.